Hallo und herzlich willkommen bei Typisch Deutsch. Ja, unser heutiger Gast, der hat Geschichte geschrieben. Er hat den Begriff vom Wandel durch Annäherung geprägt. Er gilt als Architekt der deutschen Ostpolitik. Einige sehen in ihm sogar den Weichensteller der deutschen Nachkriegsgeschichte. Herzlich willkommen, Egon Bahr. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Danke schön. Der gelernte Journalist und SPD-Politiker war Minister und außenpolitischer Berater von Bundeskanzler Willy Brandt und vielleicht der einzige, den Brandt als Freund bezeichnet hat. Jetzt hat Egon Bahr ein Buch mit Erinnerung an Willy Brandt geschrieben und ich spreche mit Egon Bahr über Annäherung, Ausgrenzung, Ausraster und natürlich über das Leben in Deutschland. Herr Bahr, Sie haben noch ein Büro im Haus, das nach Ihrem Freund Willy Brandt benannt ist, der SPD-Zentrale. Sind Sie da noch häufiger? Naja, so drei Tage in der Woche, kann auch mal vier sein. Sie arbeiten noch, richtig? Und ob? Unter großem Druck? Die Rente mit 65 war eine sozialdemokratische Errungenschaft, das ist Ihnen egal. Kann ich mich nur noch dunkel erinnern. Aber wie muss man sich den Arbeitstag von Egon Bahr vorstellen? Kommt der Parteivorsitzende vorbei und sagt, Sie duzen sich ja alle, Egon, was soll ich in Europa machen? Also praktisch beginnt das um sieben, dass ich den Deutschlandfunk höre, Nachrichten höre, Presseschau höre, das große Interview höre und dann weiß ich, was am Tag anliegt. Und dann gestatte ich mir den Luxus eines ausgiebigen Frühstücks, weil die Fahrzeit ins Willy-Brandt-Haus nach zehn sehr viel kürzer ist als vor zehn. Also immerhin sitzen Sie jetzt nicht schon in aller Frühe da, sondern gönnen Sie sich so ein ganz klein bisschen. Aber was ist das dann? Korrespondenz? Sie sind natürlich noch international vernetzt, arbeiten Sie an Büchern. Wie muss man sich das vorstellen? Also Sie müssen sich das so vorstellen, dass viele Leute, viele Institutionen, dazu gehört auch die Deutsche Welle, plötzlich die Feststellung treffen, dass Brandt in diesem Jahr 100 wird, die SPD in diesem Jahr 150 wird. Ich habe ein Buch geschrieben, mich erinnere natürlich an Kennedys Besuch und warte auf den Besuch von Obama und das vergleiche und ab und zu spreche ich, wenn es gewünscht wird, mit dem Vorsitzenden, mit dem Kanzlerkandidaten, mit dem Fraktionsvorsitzenden. Es gibt viele Korrespondenzen und es gibt viele interessante Anfragen, auch international bei Dissertationen behilflich zu sein. Wie ist das so mit jungen Sozialdemokraten? Wenn da so Praktikanten durchs Willy-Brandt-Haus rennen, wissen die, wer Egon Bahr ist? Das weiß ich nicht. Ich frage sie nicht im Einzelnen. Aber im Prinzip, so wie die mich grüßen, gehe ich davon aus, dass sie mich schon mal gesehen haben. Sie haben ja nun wirklich Jahrzehnte an den Schallstellen, nicht nur der Politik, sondern vor allem auch der großen Diplomatie gesessen, was vielleicht nicht immer ganz das Gleiche ist. Die politische Erkenntnis ihres Lebens war, alle Staaten und Regierungen verfolgen ihre eigenen Interessen. Steht zumindest in einem ihrer Bücher. Das ist nun nicht so eine bahnbrechende Erkenntnis, aber es sind alles Egoisten. Nein, das ist die Tatsache, dass unser Land, diese Bundesrepublik Deutschland, glaubt, das Wichtigste sei die Demokratie, das Zweitwichtigste sei die Freiheit und das Drittwichtigste sind die Menschenrechte. Und darüber vergessen, dass Regierungen über diese drei Fakten sehr gern sprechen, aber in Wirklichkeit machtbezogen denken. Demokratie, Freiheit, Menschenrechte wird gerne in der sonntäglichen Ansprache bemüht. Ja, auch in den Werktagen auch. Aber im Prinzip denken sie und handeln sie unter dem Gesichtspunkt ihrer Macht, ihres Einflusses und der Erweiterung von Macht und Einfluss. Und wir sind in Deutschland das Machtdenken nicht mehr gewöhnt. Man kann das ja auch verstehen. Warum? Warum? Das musste einmal genügen, dass wir keine Machtbesessenheit mehr sind. Und Richard von Weizsäcker hat als Bundespräsident eine fabelhafte Definition gegeben. Deutschland ist von der Machtversessenheit des Dritten Reiches zur Machtvergessenheit der alten Bundesrepublik gekommen. Und das stimmt in der Tat. Wir müssen uns erst daran gewöhnen und wir haben uns angefangen, daran zu gewöhnen, durch den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder. Der hat gewagt, damals zu formulieren, Deutschland ist ein normaler Staat. Das war ein großes Erstaunen, fast Erschrecken. Das durfte man eigentlich nicht sagen, nicht? Also draußen, aber auch drinnen, dürfen wir das eigentlich überhaupt. Und er hat daraus gemacht, die Entscheidung, uns am Irakkrieg nicht zu beteiligen. Wir durften es. Wir leben übrigens immer noch. NATO gibt es auch immer noch. Unsere Verbindlichkeit als Bündnispartner ist dadurch nicht infrage gestellt. Wir gewöhnen uns aber schwierig daran. Hat Schröder Sie damals um Rat gefragt? Nein, ich habe ihn aufgesucht, nachdem ich im Sommer vor dem Irakkrieg eingeladen war von unserem damaligen Botschafter Ischinger in Washington und zu einem schönen Mittagessen und alle alten Bekannten, CIA, Pentagon, Weiße Haus, Sicherheitsgeschichten waren alle da. Wir haben gesprochen wie immer. Und Sie haben mir gesagt, also wenn der Präsident die Weisung gibt, dann holen wir den Saddam Hussein raus. Aber das ist riskant. Zumal wir ja im Herbst mit Terms Elections haben. Also ist die Entscheidung gefallen, wir müssen einen richtigen Krieg vorbereiten. Dazu brauchen wir die Aufstellung von 500.000 Mann. Das braucht Zeit. Und das bedeutet in der Praxis, im Frühjahr, Februar nächsten Jahres, werden wir den Krieg gegen Irak beginnen. Und zurück nach Berlin habe ich dem Bundeskanzler gesagt, gibt nichts auf das, was die Amerikaner sagen. Nichts ist entschieden. Es ist alles entschieden. Alles, was bei den Vereinten Nationen passiert, ist Verhüllung, Karnung. Im Februar geht es los. Das war insofern ein Irrtum. Ich hatte den Ramadan nicht mit einbezogen. Aber dann ging es eben im März los. Und dann hatte Schröder seine Position durchdacht, vorbereitet. Aufgrund Ihrer Informationen auch. Auch, ganz sicher. Ja, Herr Barr, ich glaube, Ihr Geheimnis besteht auch darin, Sie konnten genauso undurchdringlich gucken wie die Russen. Sie hatten so einen Blick drauf, den haben Sie heute noch. Man weiß nicht, was geht in Ihrem Kopf vor. Ich glaube, das ist für Diplomatie eine gute Voraussetzung, oder? Das Wichtigere ist, dass Sie offen sind und nicht versuchen, Ihren Partner für dumm zu verkaufen. Die sind nämlich im Prinzip alle intelligent. Das heißt, Sie müssen Vertrauen gewinnen und das können Sie nur, wenn Sie ihn nicht beschwindeln, das können Sie einmal und dann nie wieder. Das heißt, Vertrauen gewinnen ist der Anfang von allem. Sie haben eine bewegte Familiengeschichte. Ihr Vater musste seinen Beruf aufgeben, weil er sich von Ihrer Mutter nicht trennen wollte, die wiederum die Tochter einer Jüdin war. Trotzdem sind Sie als junger Mann zur Wehrmacht gegangen. Wie sah Ihre Gefühlswelt damals aus? Also erstens habe ich gehört, dass ich eingezogen werden soll, zu den Stoppelhopsern. Und ich sollte damals schon nicht gern laufen. Und die Perspektive, nach Minsk zu laufen und wenn man Glück hat, wieder zurückklatschen zu müssen, war nicht sehr attraktiv. Also habe ich mich freiwillig zur Luftwaffe gemeldet. Da kann man fliegen. Aus Gründen der Bequemlichkeit? Im Prinzip ja, genau so. Eine interessante Entscheidung. Naja, sehr pragmatisch. Und dann habe ich eine schreckliche infanteristische Ausbildung bekommen. Und dann sind Abiturienten alle rechts raus zu einem Offiziersbewerberregiment nach Zingst auf dem Darst zusammengezogen worden. Und da habe ich meinen Unteroffizierslehrgang gemacht und bin dann zum Fahnenjunker befördert worden. Und dann war noch München dazwischen mit einer wundervollen Ausbildung. Abends haben wir uns immer extra Uniform unter die Kluft gezogen, damit wir in München ein bisschen rumgehen konnten. Und dann kam ich zur Kriegsschule Kitzingen am Main, LKS 6. Und da bekam ich eines Tages einen Brief von meinem Vater. Das GAU-Sippenamt hat sich nach dir erkundigt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gab. Das GAU-Sippenamt. GAU-Sippenamt. Nicht SAU-Sippenamt. GAU-Sippenamt. Und da hat er gesagt, das ist Schweinerei, war aber nicht böse gemeint und hat mich beurlaubt. Und alle Offiziere auf der Kriegsschule waren hervorragende und einwandfreie Menschen, mit Ausnahme des NS-Führungsoffiziers. Bei den Kommunisten nannte man das Kommissar. Der hat gesagt, wir müssen ein Kriegsgerichtsverfahren wegen versuchten Einschleichens in die Wehrmacht anstreben. Gegen Sie? Ja. Weil Sie der Enkelsohn einer Jüdin waren? Weil sich herausgestellt hat, dass keine meiner zahlreichen Dienststellen in die Wehrstammrolle geguckt hat, wo das eingeschrieben war. Jüdischer Mischling zweiten Grades wurde das also niedergeschlagen und ich wurde zur Entlassung nach Berlin gebracht und sollte entlassen werden am 20. Juli 1944, da fand aber der 20. Juli 1944 statt. Und dann wurde das acht Tage oder so etwas verzögert, bin dann Anfang August 1944 entlassen worden, ohne zu realisieren, dass ich das wahrscheinlich oder möglicherweise meiner jüdischen Großmutter verdanke. Denn nach dem Juli 1944 bis zum Ende des Krieges sind mehr Menschen umgekommen, sowohl Zivilisten wie Wehrmachtsangehörige, als in den ganzen vier Jahren vorher. Also womöglich hat Ihnen das das Leben gerettet. Ja. Wie sind Sie dann zur Sozialdemokratie gekommen? War das immer schon in Ihrer Familie in Ihrem Denken verankert? Nein. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Sondern als der Krieg zu Ende war und ich den Einmarsch der Roten Armee in Berlin erlebt habe, was nicht so angenehm gewesen ist, habe ich gedacht, du wirst das dir Mögliche tun, damit ein so große Scheiße nie wieder passiert. Ich wusste aber nicht, was ich machen sollte. Ich war ausgebildeter Industriekaufmann, das war aber nicht gefragt. Ich konnte, habe ich gedacht, schreiben. Das habe ich aber bald bei den Amis gelernt, dass das auch nicht stimmte. Wann wäre, wie war es, bitte im ersten Satz. Und dann ist der erste politische Mensch, den ich kennengelernt habe in Berlin, Jakob Kaiser gewesen, der damalige Vorsitzende der CDU in der sowjetisch besetzten Zone. Und der hatte mich eines Tages zum Mittagessen eingeladen, zu Hause, Erbsensuppe und zur Krönung einen kleinen französischen Cognac. Und dann haben wir gesprochen darüber, dass er verzweifelte Anstrengungen macht, seine Position zu behaupten. Und auf meine Frage, wieso, sagt er, ich mache einen Komplott mit Karl Arnold in Nordrhein-Westfalen und dem Ochsensepp bei der CSU in München, wir müssen verhindern, dass Adenauer, dieser Separatist, die CDU in die Hand bekommt. Hat ja bummig geklappt. Er hat gedacht, Adenauer ist damit erledigt, das war ein Irrtum. Und dann ist er innerdeutscher Minister geworden, oder gesamtdeutscher Minister geworden, bei Adenauer. Und einer der ersten Pressechefs bei Adenauer war Paul Bourdin. Der war Chefredakteur des französisch lizenzierten Kurier in Berlin gewesen, hat mich angerufen und hat gesagt, ich bin gestern mit dem alten Herrn nach Rhöndorf gefahren. Und es ist gar kein Zweifel, der will die Einheit gar nicht. Ich muss aber jeden Tag das Gegenteil verkünden. Nach ein paar Tagen ist er zurückgetreten. Und ich habe also festgestellt, die Sozialdemokraten waren die Einzelnen, die wirklich Priorität, die deutsche Einheit wollten. Bin also zu ihrem Vorsitzenden gegangen und habe gesagt, ich möchte gern Mitglied ihrer Partei werden. Und darauf hat er gesagt, junger Freund, mir wäre lieber, sie bleiben draußen und werden uns nicht zugerechnet. Quotensystem für die Medien gab es schon damals. Dann bin ich ein paar Jahre später zu Brand gegangen, nachdem der Vorsitzende in Berlin geworden war. Und habe dasselbe gesagt. Und darauf habe ich die zweite Abfuhr bekommen. Die wollten Sie gar nicht. Richtig. Zumindest nicht im Parteiapparat. Ja. Lieber als Stimme draußen, als Journalist damals. Er hat gesagt, unter Umständen kann man von draußen mehr als von drinnen bewegen. Und dann kam 1956 der Aufstand in Ungarn. Und da bin ich zu Brand gegangen und habe gesagt, Ihre Partei wird einen enormen Schlag auf den Kopf kriegen. Nächstes Jahr 1957. Jetzt bestehe ich darauf, Mitglied zu werden. Und darauf lächelte er milde und sagte, wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen. Und so bin ich im Oktober 1956 Mitglied meiner glorreichen Partei geworden. 44, 57 Jahre. Dann haben Sie von 150 Jahren SPD ein gutes Drittel mitgekriegt. Ja. Nicht schlecht. Ja, Richard von Weizsäcker, nun nicht unbedingt Parteifreund von Ihnen, hat gesagt, Willy Brandt und Egon Bahr, das war ein ziemlich einmaliges Zusammenwirken. Jeder kam erst mit Hilfe des Anderen zur wirksamen Entfaltung seiner Gaben. Das gibt es in der Politik nicht so riesig häufig, oder? Wir haben auch nicht so riesig häufig Bundespräsidenten von dieser historischen Qualität. Aber im Fußball kennt man das. Franz Beckenbauer und Georg Schwarzenbeck oder Marco Reus und Mario Götz. Aber in der Politik ist es wirklich selten, dass man eine belastbare Freundschaft über so viele Jahre hat. Was war das Geheimnis Ihres Zusammenwirkens? Das Geheimnis meines Zusammenwirkens war, dass er an dem ersten Abend, an dem ich Brandt gegenüber saß, in seinem Amtszimmer, ihm gesagt hat, eigentlich kennen wir uns gar nicht. Da merkte ich, dass er sich verschloss. Und ich habe gedacht, mein Gott, das ist aber eine Mimose. Und darauf habe ich gesagt, aber ich werde Ihnen immer sagen, was ich denke, auch wenn es Ihnen nicht gefällt. Und darauf sagte er, dann aber bitte nur unter vier Augen. Das heißt, ich habe begriffen, wer ihm nahe kommen wollte, durfte ihm nicht zu nahe kommen wollen. Das heißt, er bestimmte, wie weit er jemanden ran ließ. Und ich habe das immer respektiert. Ich hatte mich natürlich interessiert für das eine oder andere, was in den Zeitungen stand. Aber ich habe nicht gebohrt, sondern habe ihm überlassen, sich aufzuschließen und darüber zu reden, worüber er reden wollte. Haben Sie sich so ein bisschen untergeordnet? Also war eine Hierarchie in Ihrem Verhältnis? Natürlich. Also er war der Chef. Kann man Freund sein, wenn man Chef ist? Ja, natürlich. Also ich war der Architekt der Ostpolitik. Aber er war der Baumeister. Und der Baumeister muss entscheiden. Und der Baumeister wird auch verbunden mit seinem Namen, mit dem Gebäude, was dann entsteht. Und er hat dem Architekten deshalb viel Freiheiten gelassen, weil er wusste, er konnte sich darauf verlassen, dass ich weiß, wann ich ihn fragen muss. Ich habe das ein einziges Mal richtig durchbrochen. Nach den Olympischen Spielen 1972 in München wichtige Begegnung mit Kissinger, der uns informiert hat über das, was er mit seinem Präsidenten, mit Herrn Brezhnev in Wladivostok vorhatte, nämlich zu vereinbaren, dass beide Großen keine Atomwaffen gegeneinander einsetzen. Ich glaube, das gilt immer noch. Gut. Bin ich nach Bonn und fand dort eine Einladung dringend vor von Herrn Honecker. Konnte mich mit Brandt nicht mehr besprechen, habe also mir eine Reihe von Punkten aufgeschrieben mit Stenografie und habe die Herrn Honecker gesagt. Und zurückgekommen in Bonn habe ich ihm das gegeben, nämlich Brandt, und habe gesagt, du musst wissen, was du dem gesagt hast. Ja, und da hat er gelacht, hat gesagt, na Gott sei Dank, so scharf wäre ich nicht gewesen. Das war aber eine Ausnahme im Prinzip. Aber Sie haben schon sehr sauber vorher geahnt, gespürt, was Sie ihm zumuten konnten, was nicht. Wir haben parallel gedacht. Über viele Sachen mussten wir uns nicht mehr verständigen. Es war die gleiche Richtung. Wenn er einen Kopf hoch oder wackelte oder eine Braue verzog, wusste ich, was er dachte. Und Wein, Weib und Gesang haben Sie zusammengehalten? Nee. Haben Sie im Film so gesagt gerade? Ja, aber das galt für Brezhnev. Ach so, natürlich. Das galt für Brezhnev und Brandt. Und zwar deshalb, weil die Chemie zwischen beiden stimmte. Und dafür habe ich das gesagt. Und das brachte ihn im Gefühl zu Brezhnev näher als zu Nixon. Der ein fabelhafter Außenpolitiker, aber ein schlechter Charakter war. Könnte man sich, also Willy Brandt, muss man sagen, ich würde sagen, schon einer der, oder vielleicht der charismatischste Kanzler, den Deutschland hatte in seiner ganzen Zerrissenheit. Wäre das heute noch möglich, dass ein Mensch wie Willy Brandt, der zu Depressionen neigt, es wurde wahnsinnig viel geraucht und getrunken damals, es gab private Geschichten, die man sich heute vielleicht auch nicht mehr so erlauben könnte. Und wäre so ein Leben heute noch in unserer brutalen Medienwelt möglich? Ja. Politiker-Karriere? Ja. Ja? Da bin ich fest überzeugt davon, weil, wenn ich die ganzen Legenden wegnehme, bleibt von den Legenden wenig übrig. Also, als er der Spion entlauft wurde und dann ein paar Leute kamen, um sich zu erkundigen, ob der Spion ihm vielleicht Mädchen zugeführt hätte, hat er gelacht und hat gesagt, für wie potent halten die mich eigentlich? Nein, das war alles wahnsinnig übertrieben. Und genauso war übertrieben die Tatsache, dass er sich im November eigentlich regelmäßig eine Auszeit von einer Woche genehmigte, um auszuschlafen, um in Ruhe zu überlegen, um neue Kraft zu sammeln. Und danach ist der quietschvergnügt weiter am Schreibtisch geeilt und hat gearbeitet. Und davon gab es eigentlich nur eine einzige wirkliche Ausnahme. Nämlich überraschenderweise, beunruhigenderweise, im Sommer rief mich Ruth an und sagte, komm mal, Willi ist nicht ansprechbar. Und da hat er geschimpft und wollte aufhören. Scheiß Partei. Und ich weiß nicht, was sonst noch. Und nur die Tatsache, dass der Bundespräsident nicht erreichbar war, weil er unterwegs auf einer Reise war, hat ihn etwas beruhigt. Und danach ist er im Wahljahr, 1972, in aller Kraft weiter... Das war Willi wählen, nicht? Ja. Der legendäre Willi wählen Wahlkampf, wo er dann im offenen Auto durch die Lande gefahren ist. Ja, nicht nur, sondern er hat... Aber das sind so die Bilder, die... Ja, natürlich. Und das war der Gipfel. Noch nie hatte die Partei einen solchen Erfolg gehabt. Und was, wie das bei einem Gipfel so üblich ist, man kann sich da nicht niederlassen und ausruhen, sondern nach dem Gipfel geht es wieder bergab. Und er musste sich die Stimmbänder schälen lassen und war froh, darüber mal 14 Tage nicht ansprechbar zu sein. Er hatte seinen Umkreis geregelt im Kanzleramt und hatte Herbert Wehner einen langen Brief gegeben, der auch für Helmut Schmidt bestimmt war, über die neue Konstruktion des Kabinetts mit den dazugehörigen Namen etc. Und Wehner hat diesen Brief in seiner Aktentasche vergessen und Schmidt hat ihn auch nicht erreicht. Das war ein ganz ernster Punkt. Er hat übrigens dabei hinterher gesagt, ich habe jeden Tag zwei Fehler gemacht, konnte es nicht verhindern. Ich kann dir nur den Rat geben, höre nicht auf, plötzlich nicht auf zu rauchen. Daran habe ich mich gehalten. Sie rauchen bis heute tapfer weiter, aber Sozialdemokraten sind da ja auch, wie man an Helmut Schmidt sieht, ausgesprochen belastbar. Können Sie sich an das letzte Mal erinnern, als Sie Willy Brandt gesehen haben? Natürlich. Er hat ja die deutsche Einheit miterlebt. Gott sei Dank. Den Grundstein haben Sie mit Ihrer Ost-Entspannungspolitik gelegt? Ja, mit seinem Mut. Hatten Sie das Gefühl, dass Willy Brandt so das Gefühl hatte, ich bin mit dem Mauerfall, den Willy Brandt noch erlebt hat, hatte er so dieses Gefühl, ich bin angekommen, ich habe was erreicht. Ich meine gut, es wurde Helmut Kohl zugeschrieben als politische Leistung, aber der Beginn war die sozialdemokratische Entspannungspolitik. Er wusste ganz genau, das ist das Ziel deines Lebens und war froh darüber, das noch erlebt zu haben. Und er hatte den Eindruck außerdem, also das nächste Ziel, was Kohl gesetzt hat, war die innere Einheit. Das heißt, jedes Mitglied der SED, wenn es keinen Dreck am Stecken hatte, sollte erhobenen Hauptes zu uns kommen können, wenn er das Programm bejaht. Und Kohl hat damals gesagt, das ist nur möglich durch Versöhnung. Versöhnung verlangt von denen, die am meisten gelitten haben, noch einmal am meisten. Aber ohne Versöhnung wird es nicht gehen. Das war völlig die Auffassung von Willy Brandt. Und ich habe Kohl noch gehört, vor der Enquete-Kommission zu sagen, wenn man mich gefragt hätte, hätte ich gewusst, was ich mit den Akten von Stasi gemacht hätte. Leider hat man ihn nicht gefragt. Was hat er gemacht? Ich weiß es nicht, wir müssen ihn mal fragen. Weg damit. Einmotten, für eine gewisse Zeit wegschließen, nur wissenschaftlich ausnützbar öffnen. Ich weiß es nicht, aber Kohl und Brandt waren sich daran völlig einig, sind beide gescheitert, weil unsere Freunde aus der ehemaligen DDR vorgezogen haben, stattdessen, statt Versöhnung, Aufarbeitung zu machen. Und in Bonn hat man gesagt, mein Gott, wenn die unbedingt Dostoyevsky-Folgen bis in die tiefsten Gründe forschen wollen, lass sie doch, es betrifft uns ja nicht. Und wir sehen, wir leiden noch heute darunter. Das gibt es überall. Aus den Brüdern und Schwestern sind Ossis und Wessis geworden nach 20 Jahren. Aber nicht wegen der Stasi-Akten. Auch. Auch. Gut, Aufarbeitung gegen Wegschließen, das sind zwei Wege. Lässt sich so schwer sagen, was jetzt besser gewesen wäre. Wir haben das andere nicht probiert. Also Herr Bahr, die These lautet, ein schwacher Kennedy hat die Russen ermutigt und die Mauer wäre nicht nötig gewesen. Jetzt Sie. Ich glaube, das ist ein Irrtum. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil wir 1961, als man begann, die Mauer zu bauen, die Ahnung hatten, dass es Kontakte zwischen Washington und Moskau gab. McLeod war auf der Krim gewesen, um mit Khrushchev Tennis zu spielen. Die haben aber vielleicht auch geredet. Das heißt, wir waren erschrocken, dass die drei hochmögenden Mächte Weisungen des Innenministers der Deutschen Demokratischen Republik, die es angeblich gar nicht gab, kaum Aron, entgegen nahmen, nicht mehr alle Übergänge nach Ost-Berlin zu benutzen, sondern nur noch drei, aus denen bald nur noch einer wurde. Das heißt, wir haben mehrere Zeichen dafür gehabt, dass es abgesprochen oder nicht abgesprochen, im Gefühl oder nicht im Gefühl, ein Verständnis gab, wegen Berlin und der Mauer darf es keinen Krieg geben. Und als Kennedy zwei Jahre später dann kam nach Berlin. Man muss dazu sagen, Sie saßen mit Willy Brandt, dem regierenden Bürgermeister, im Roten Rathaus. Nein, nein, nicht im Schöneberger Rathaus. Im Schöneberger Rathaus, das Rote kam erst nach dem Mauerfall wieder. Also Sie waren praktisch mittendrin. Sie waren nicht nur Beobachter, sondern Sie waren auch Akteur. Ja, na gut, Akteur. Behandelter. Ja, ich habe genau verfolgt, dass der Präsident, sogar Präsidenten müssen, wenn sie müssen, die Toiletten benutzen und dann gesehen, wie der Adenauer das neue Deutschland studiert hat und dann mit dem Dolmetscher hin und her gegangen ist, um einen Satz zu erproben, den wir aber nicht hören konnten. Mhm. Dass es seither keinen Versuch mehr gegeben hat, die deutsche Teilung zu erleichtern oder gar aufzuheben oder die Struktur in Europa zu verändern. Das heißt, Stabilität vereinbart, aber nicht geschrieben, aber funktionierend zwischen den beiden einzigen Supermächten, die über die nukleare Zweitschlagsfähigkeit verfügen. Das gilt bis heute. Das heißt aber, es ist auch so ein Widerspruch in Sicht. Das heißt, durch den Mauerbau wurde auch gleichzeitig eigentlich ihr Ende. Man wusste nicht, in welchen Zeiträumen, aber war damit eigentlich auch beschlossen. Im Prinzip ist der Mauerbau der Höhepunkt des Kalten Krieges und der Anfang vom Ende des Kalten Krieges einschließlich der deutschen Einheit und der Europäischen Union. Man hat immer gesagt, Willy Brandt und John F. Kennedy, die haben so viel gemeinsam. Stimmt das oder ist das so Yellow Press? Zunächst mal war es das Erlebnis auf der Seite Kennedys, dass hier ein junger Mann seiner Generation da war. Und zwar ein Mann, der anders als der alte Adenauer nicht täglich oder wöchentlich hören wollte, dass die Amerikaner uns lieben und es einfach satt hatten, ohne einen Vorschlag und ohne eine Aktion in Bonn, einen Partner zu finden. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt gewesen. Der andere entscheidende Punkt war, wir haben erst hinterher erfahren, dass er schon viermal in Deutschland gewesen war. Als junger Mann. Beim ersten Mal hat er in München nur Nazis erlebt. Beim zweiten oder dritten Mal hat er in München und in Deutschland keinen Nazi mehr erlebt. Das ging uns allen genauso. Das heißt, als er kam nach Berlin als Präsident, musste er gedacht haben, na, kann man den Deutschen trauen? Dann sind die wankelmütig und der Besuch hat ihn zu einem überzeugten Freund und verlässlichen Partner Deutschlands gemacht. Haben Sie damals diesen Satz von Kennedy, ich bin ein Berliner, haben Sie gemerkt, hu, das hat jetzt aber eine historische Dimension? Spürt man das in dem Moment? Ich habe, nein, von historischer Dimension war keine Rede, sondern ich habe nur gemerkt, das war genau und traf genau die Stimmung und die Erwartung der Berliner. Es war ein Satz wie aus dem Kalten oder für den Kalten Krieg. Adenauer hat sich gefreut und Brandt war sehr misstrauisch und vorsichtig und am Nachmittag in der Rede Kennedys vor der Freien Universität war es umgekehrt. Da hat Kennedy betont, die Notwendigkeit der Kooperation zwischen den beiden Großen, zwischen Washington und Moskau, da versteinerte das Gesicht von Adenauer und Brandt hat sich gefreut. In diesem Land wird ja mal wieder gewählt im September, Herr Bahr, bleibt Frau Merkel Bundeskanzlerin? Da bin ich genauso neugierig wie Sie, aber ich wage es nicht zu prognostizieren, für mich ist das noch nicht entschieden. Aber sie hat ja zumindest mal ein Erfolgsrezept übernommen, nämlich sie hat ihre Partei, die CDU, ja relativ konsequent sozialdemokratisiert. Das kann man so sagen, deshalb hat sie auch Schwierigkeiten. Ich kann dazu nur sagen, dann ist es schon besser, das Original zu wählen. Das nehmen wir als Wahlempfehlung eines Sozialdemokraten. Vielen Dank, Herr Bahr. Ganz zum Schluss kommen wir zu unserem knallharten Typisch-Deutsch-Spiel. Willy Brandt oder Helmut Schmidt, wer hat mehr Ansehen in Deutschland? Brandt. Brandt. In der Vergangenheit, Schmidt, nachdem Brandt nicht mehr lebt, heute. Eine gute sozialdemokratische Antwort, das war schon wieder mit Typisch-Deutsch. Vielen Dank an Egon Bahr, vielen Dank an Sie fürs Zuschauen. Wir haben gesprochen über Brandt, Böckenbauer und Buhmänner. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.